Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Wenn das wirklich das Team ist. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 kommt wahrscheinlich gleich hier oder doch da ist noch jemand nicht scheiße nicht getroffen eine weg tut mir fast leid ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht verstanden was sie gemacht haben ich will den anderen nicht das ist bei mir diese rechnung ungefähr ist ein zweier ein anderes team verwirrt mir die ganze sounds wo kam das denn direkt vor mir wirklich ein meter vor mir drin aus da bin der das ist in der Bruch gießen aber direkt nehm ich halt, schau, wie lange sind sie jetzt cool, oder? über mir glaube ich jetzt noch mal zur position ein bisschen mehr aufs distanz ich hänge fest einer rennt weg kann das sein da kommt bloß von der anderen seite ja kommt ist aber die vom ersten team glaube ich weg hier läuft noch was hier sind noch mehr zwei noch glaube ich vor mir rechts rechts ich muss mich einmal kurz heilen der andere ist noch hier unten hat er mich hart getroffen natürlich trifft er mich durch die wand der war überhaupt nicht zu sehen kommt zurück sehr schön alles safe wo liegt denn der letzte ist hier also andere tier 1 und andere liegt da oben und einer liegt noch im haus hier ist nix doch hier oben ist der andere liegen hat abgebrochen ich hab 500 euro gekriegt ich habe 500 euro gekriegt von denen was macht die andere bauern sie schon raus wollen wir raus ja ja komm wir gehen raus warte ich will den da oben noch looten hä wo ist denn der typ mit der maske was jetzt alle die anderen sind ja noch weit weg in welchem haus lag einer hier hast du nicht gesagt im haus lag noch einer ne da war vorhin da ist nur einer gelaufen achso na gut obwohl die eigentlich draußen waren und dann habe ich gemerkt dass es halt ein team zu viel ist also nicht zu viel also geht man nicht fragen wenn ich schlechten habe für friedenswächter das stimmt aber der ist natürlich auf dem weg zu den ne da hab ich ne da hab ich ne da hab ich ich hab grad 500 euro gekriegt opa kunst und noch mehr unter und noch mehr unter und Ja, und die anderen sitzen das Haus. Auch nicht so verkehrt. Und machen. Immer noch alles safe. Zack, jetzt kommen wir runter. Ich fahre hin. Das tut um nichts, ne? Oh, neue Musik. Aber hier war auch echt kein Dicker, ne? Nee. Na gut, haben wir wieder Geld rausgeholt. Oh ja, viel diesmal. 500 von einem. Ich glaube, einmal hatte ich 1000, was ich jetzt bewusst vor allem habe. Aber 500 hat mich gerade erschrocken. Ich glaube, das ist noch nicht sovsteig. Ja, das ist 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 sovsteig. Untertitelung des ZDF, 2020